Herr Scherzi, sind inzwischen der Anwalt von Klaas Relotius, haben logischerweise Kontakt zu ihm. Wie geht es ihm? Also ich habe mit ihm natürlich viele Gespräche geführt, bevor wir jetzt diese Schritte eingeleitet haben. Wir haben natürlich auch die einzelnen Punkte detailliert besprochen und er macht dabei einen sehr reflektierten Eindruck, der sich mit den Dingen intensiv beschäftigt hat, natürlich auch ganz klar seine Verfehlung hier einräumt. Das hat er auch an den O-Ton gegenüber der Zeit nochmal klargemacht, dass er hier eine schwere Verfehlung begangen hat. Aber er wirkt, wie gesagt, auf mich so, dass er bemüht ist, die Dinge selber zu verstehen, aber gleichzeitig auch zu schauen, wie man mit seiner Geschichte jetzt umgeht, ohne dass er darauf bisher irgendeinen Einfluss haben konnte. Und Moreno hat nun mal dieses Buch gemacht und muss sich dann eben auch gefallen lassen, dass der Betroffene, so nennen wir die Personen, die dann eben Gegenstand von einer Berichterstattung hier von so einem Buch werden, dass die sich damit auseinandersetzt. Ist denn seine Geschichte, wie er sie über mich erzählt, ist die denn in jeder Hinsicht wahr? Bevor wir das Ganze nochmal tatsächlich nachzeichnen, die Frage nochmal präzise zurück. Wie geht es ihm? Also psychisch, gesundheitlich, mental? Ich möchte mich zu dem ganz konkreten psychischen, medizinischen, sonstigen Zustand meines Mandanten nicht äußern, weil das geht ehrlich gesagt im Augenblick niemandem was an, außer dass ich ihm sagen kann, dass ich ihn mit ihm sehr titilliert und sehr offen und sehr reflektiert die Dinge besprochen habe, die eben dann zu diesen rechtlichen Schritten geführt haben. Dann zu Ihnen, Christian Schertz, Sie sagten hier 2016, als wir Sie zum Fall Böhmermann-Erdogan befragt haben, dass Ihre Profession die medienanwaltliche Erstversorgung sei, um quasi Persönlichkeitsschutz rechtliche Schäden abzuwenden. Aber dass Sie es dennoch rückwirkend betrachtet immer für richtig gehalten haben, tatsächlich nicht auf der falschen Seite den Verteidiger abgegeben zu haben. Aber was gab jetzt bei der Übernahme des Mandats als Anwalt von Klaas Relotius den Ausschlag für Sie? Ich habe schon ganz oft in meinem Anwaltsleben auf Seiten von Personen gestanden, denen Verfehlungen vorgeworfen wurden in den Medien, die dann aber auch Rechte haben, wie jeder andere Bürger auch. Auch Klaas Relotius hat Grundrechte, er hat Persönlichkeitsrechte, die beachtet werden müssen. Und für mich hat den Ausschlag gegeben, dass nach Prüfung des Sachverhalts, das was Moreno hier so aufgeschrieben hat in einigen Punkten, und zwar wie ich finde erheblichen Punkten, nicht stimmt. Und dann bin ich auch an der Seite derjenigen, die in dem Moment schwach sind und Gegenstand von Medien, die sie natürlich auch in dem Fall zu Recht kritisieren, aber dann muss es eben richtig sein. Und ich habe nicht studiert, um immer nur auf die Seiten der Schönen und Reichen zu sein und finde sogar, dass dieser Fall geradezu danach ruft, dass er einen starken Anwalt hat, der ihm jetzt in dieser Situation beisteht. Gerade weil er im Augenblick natürlich der Buhmann der Branche ist. Das reizt Sie also offensichtlich, dieses Mandat, auch weil es gegen den Spiegel geht? Nein, überhaupt nicht, weil es geht ja auch nicht gegen den Spiegel. Ich habe mit dem Spiegel, ich weiß, dass mir das immer unterstellt wird, weil ich an mannigfaltiger Weise mit dem Spiegel in den letzten Jahren auch sowohl persönlich als auch für viele Mandanten massive Auseinandersetzungen hatte. Ich dort auch teilweise als Staatsfeind Nummer eins bezeichnet werde, aber mit dem Spiegel hat das ja nichts zu tun. Ich klage gegen Rowold und gegen Herrn Moreno. Der einzige Spiegelbezug ist, dass er auch Herrn Moreno Spiegeljournalist ist und ja auch als Spiegeljournalist weiter auftritt, jetzt auch bei den Medientagen. Und ob das dem Spiegel jetzt gefällt oder nicht. Und ich bin ja auch nicht gegen den Spiegelbericht vorgegangen, der eigentlich auch falsche Tatsache Behauptungen enthält. Aber es geht zu einigen Punkten, in denen es jetzt um das Buch geht. Spiegeln die sich nicht möglicherweise auch in dem sogenannten Spiegelbericht, also in dem Prüfbericht, den der Spiegel zum Fall Relotius auch letztlich veröffentlicht hat? Also könnte da eine zweite Welle von Ihnen kommen? Nein, weil das, was übereinstimmt mit Morenos Buch und dem Spiegel, ist einfach die falsche Zahl von gewonnenen Journalistenpreise. Herr Relotius hat lediglich 19 Preise insgesamt gewonnen und schon der Spiegelbericht, der den Fall Relotius aufklären soll, spricht von 40 Preisen. Und das hat Herr Moreno oft bei ungeprüft übernommen. Die Zeitkollegen der Zeit haben ja dann die Sache recherchiert und festgestellt, dass unsere Zahl richtig ist. Radio 1 ist ein Medienmagazin mit einem Review, kann man sagen, von den Münchner Medientagen 2019. Wir waren beide vor Ort, Hannibus und ich. Wir haben uns auf verschiedenen Panels aufgehalten und Dani war sogar beim Höhepunkt dabei, während ich schon wieder auf der Autobahn zurückdüsen musste. Zum Schluss gab es nämlich nochmal ein Highlight. Juan Moreno, der Enthüller der Relotius-Affäre, war angekündigt über sein Buch, Tausendzeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus zu sprechen. Er hat darüber zwar schon häufiger geredet, aber hier, also nicht nur bei Radio 1, sondern auch, er zieht schon durch die Lande und wie ich gelesen habe, bevorzugt eigentlich bei Journalistenschulen. Am Tag vor seinem Auftritt veröffentlichte allerdings die Zeit, die Nachricht, Klaas Relotius ginge gegen das Buch vor, Daniel. Genau, und Relotius hat sich in der Zeit auch zu Wort gemeldet mit einem Statement, dass der Kollege Richard Gutjahr, der dann Moreno interviewt hat in München, zu Beginn der Diskussion auch vertont hat. Ich bin mir meiner eigenen großen Schuld bewusst und will durch die Auseinandersetzung mit diesem Buch nicht davon ablenken. Ich stelle mich allem, wofür ich verantwortlich bin, aber ich muss keine unwahren Interpretationen und Falschbehauptungen von Juan Moreno hinnehmen. Ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur. Frage an Christian Scherz, Relotius-Anwalt hier im Studio. Wo stellt sich Relotius denn, wie er sagte, seiner Verantwortung? Erst einmal hat er sich ja jetzt erstmals dazu geäußert und damit deutlich gemacht, dass er es tut. Und er hat mir auch irgendwann nochmal erklärt, dass er sich natürlich irgendwann dazu öffentlich äußern wird, aber gerade noch tatsächlich an der Aufbereitung dessen ist, was er da gemacht hat, was da passiert ist und versucht das auch professionell zu klären, durch professionelle Beratung, weil es tatsächlich mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, was Herr Moreno übrigens auch wusste. Und von daher wird er, glaube ich, noch eine geraume Zeit brauchen, die Dinge für sich aufzuklären. Ich finde, die Zeit muss man ihm auch gönnen und zubilligen. Und dann wird er sich sicherlich dazu abschließend oder auch nochmal öffentlich in einem größeren Umfang äußern. Wir haben ja bald das Einjährige der Affäre sozusagen. Was heißt größerer Zeitraum? Wovon gehen Sie aus? Doch, er ist ja gerade dabei, praktisch die Dinge für sich aufzuklären. Was ist da genau ihm auch widerfahren? Wie konnte es dazu kommen? Und das braucht, glaube ich, gerade wenn man es professionell begleiten lässt, eine gewisse Zeit. Und die Zeit sollte er sich nehmen. Und ich kann ihn da keinen konkreten Zeitpunkt nehmen. Aber eine gewisse Tragikomik hat das Ganze schon. Relotius hat selbst Protagonisten erfunden und auch Recherchen erfunden. Und hat jetzt sozusagen den ersten Schritt in die Öffentlichkeit nicht mit Demut getan, sondern mit Angriff. Nee, ich finde, dass er erst mal mit dem O-Ton, den er der Zeit gegeben hat, das lief ja über uns, diese Demut signalisiert und auch einräumt, dass er praktisch hier eigentlich derjenige ist, der das im Wesentlichen zur Verantwortung zu ziehen ist. Er sagt halt lediglich, er möchte aber nicht, dass ein anderer Mensch über meine Geschichte bestimmt. Und Moreno sagt ja selber auf den Münchner Medientagen, und das finde ich schon relativ skurril, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen eine Figur erschaffen. Damit tatsächlich den Originalton auch vorliegen. Das stimmt, natürlich. Das ist, was ich tue in dem Buch. Ich erschaffe eine Figur, von der ich nach bestem Wissen und Gewissen nach meiner Recherche sagen kann, dass ich sie so darstellen kann und legitimieren kann. Wenn er sagt, es ist eine Traumfigur, der mit der Realität nichts zu tun hat, das weiß ich nicht, ob er das sagt, also sein Anwalt sagt das nicht, dann mag das so sein. Herr Schertz, Sie haben sich das angesehen, den Auftritt. Das steht ja auch im Netz auf dem YouTube-Kanal unter anderem der Medientage München. Wie hat das auf Sie gewirkt? Ich hätte Moreno, nun bin ich tatsächlich nicht sein Berater, nicht empfohlen, jetzt in diesem frühen Zeitpunkt mir schon so die Öffentlichkeit zu suchen, weil er ja auch nicht genau wusste, welche Fragen ihm da gestellt werden. Er hat vielleicht auch damit gerechnet, dass ihm keine besonders kritischen Fragen gestellt werden. Das hat er aber gut ja tatsächlich gemacht, wie ich finde, zu Recht. Auch ein Journalist muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Es ist leider so, dass auch die Journalisten von kritischer Berichterstattung und Interviews nicht gefeit sind. Und fand dann, dass er sich da eher, finde ich, als Opfer dargestellt hat. Er sagt ja dann selber, warum glaubt mir denn keiner mehr? Das hat so keiner gesagt. Übrigens, ich auch nicht in meinem Schreiben an den Verlag und an ihn. Ich bin doch kein Fälscher, ruft er aus. Also diese Dramatik, die er selber daraus macht mit seinem Auftritt, diese Emotionalität, fand ich irgendwie unangemessen und übertrieben. Ich hätte mir da einen ganz nüchternen Auftritt an seiner Stelle eher gewünscht. Aber er sagt ihm dann diesen merkwürdigen Satz, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen eine Figur erschaffen. Das klingt für mich sehr nach Narrativ und Fiktion. Und finde ein Buch, was aufdeckt, was einen Skandal aufdeckt. Das muss eigentlich sich eher lesen wie eine Akte oder wie jedenfalls ein sehr knallhartes Sachbuch und eben nicht wie das Erschaffen einer Figur. Das steht Moreno nicht zu. Moreno muss den Sachverhalt aufklären. Er muss Recherche durchführen, er muss Leute befragen und dann die Fakten veröffentlichen, die er belegen kann. Und das ist eben nicht in jeder Hinsicht geschehen. Ich verstehe ihn so, dass er, wie es ja auch jeder Dokumentarist macht, sozusagen aus dem Faktenmaterial versucht zu rekonstruieren. Also in der Rekonstruktion die Erschaffung der Figur Klaas Relotius, weil er sich sozusagen dieser Aufarbeitung entzieht, aus welchen Gründen auch immer, die man auch respektieren kann. Deswegen vielleicht an Sie die präzise Frage, gegen was gehen Sie eigentlich tatsächlich vor? Es ist die Zahl 22 im Raum. Was ist das genau? Es sind viele verschiedene Aussagen in Bezug auf Relotius, um mal ein paar zu nennen. Es wird eben gesagt, er habe 40 Journalistenpreise gewonnen und damit wird eben deutlich gemacht, dieser bisher erfolgreichste deutsche Journalist, der Skandal wird praktisch noch verdoppelt in den Zahlen. Die Zahl stimmt einfach nicht, aber er beschreibt dann sein Büro und sagt, er habe davor seinen Journalistenpreisen gesessen, immer bei verschlossener Tür habe sich also gewissermaßen verschanzt, um seine Betrügereien da alleine zu schreiben. Die Tür war nicht immer verschlossen, die Journalistenpreise befanden sich nicht in seinem Zimmer. Durch diese Beschreibung, durch diese Bilder, die Moreno da liefert im Buch, wird eine Authentizität der Recherche vermittelt, die es tatsächlich so nicht gegeben hat. Er sei eben jeden Tag mit seinen Kollegen zum Mittagessen gegangen, habe sich also gewissermaßen bewusst auch beliebt gemacht, überall auch das ist nicht wahr. Und dann gibt es aber viel wichtigere Punkte, zum Beispiel die Aussage, er habe als einziger einen konkreten Preis von CNN gewonnen als Deutscher. Dieser Preis wurde jedes Jahr an einen deutschsprachigen Journalisten verliehen. Das heißt, Moreno macht aus Relotius einen super erfolgreichen Star-Journalisten mit viel, vielen Preisen. Er ist der Einzige, der einen CNN-Preis gewonnen hat. Die Dinge, wenn man sie dann beleuchtet, sind aber gewissermaßen so konkret nicht richtig. Und ein entscheidender Punkt ist eben diese rote Schleife, wie es auch andere genannt haben am Ende, wo Moreno ihm unterstellt, er habe, er bleibt ein notorischer Lügner. Selbst nach dem Skandal sagt er einem Spiegelkollegen, ich bin hier in der psychiatrischen Klinik, mir geht es gut, ich versuche es aufzubereiten. Und dann beschreibt Moreno, tatsächlich hat ihn am selben Tag eine Sekretärin auf dem Fahrrad in Hamburg gesehen. Und das stellt ihm damit der Lüge, dass er den Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik erfunden hat. Tatsächlich war er an dem Tag des Gesprächs mit dem Spiegelreporter am Telefon in dieser Klinik. Und dieser Sekretärin hat etwas ganz anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich habe ihn vor einigen Wochen in Hamburg gesehen. Und nach meinen Informationen war Herrn Moreno das auch bekannt, dass praktisch diese Aussagen nicht genau übereinstimmten. Das heißt, diese Schlussszene des Buches, die ist wirklich gebaut und die ist Fiktion und die ist unwahr. Und die ist deswegen besonders verwerflich, weil man praktisch Relotius unterstellt, dass er praktisch soermaßen noch nach dem Skandal, nach der Aufdeckung und dem Rückzug aus den Medien, einen Aufenthalt in einer Klinik erfindet, die es tatsächlich nicht gegeben hat. Er war in dieser Klinik. Wir können das nachweisen. Und deswegen ist das für mich ein ganz entscheidender Punkt. Das wird ja vermutlich vor Gericht auch letztlich geklärt. Da muss ja dann auch Relotius durch Sie letztlich auch Beweise entsprechend vorlegen. Wir hier können das nicht sauber klären. Das ging auch in München nicht. Allerdings vielleicht doch ein Auszug der Diskussion genau zu dieser Frage, was war mit der Fahrradgeschichte, mit der Sekretärin, die das einem Kollegen erzählt haben soll, was ja sehr vage ist. Hat er allerdings auch transparent, finde ich, so am Ende die Quellenlage notiert. Jedenfalls Richard Gutjahr fragte Juan Moreno, wie denn die Quellenlage tatsächlich ist. Ich verstehe ja, dass Sie sagen, die müssen doch zwei Quellen haben. Aber es ist doch so, dass Sie doch gar nicht wissen, ob ich zwei Quellen habe. Sie gehen davon aus... Haben Sie denn zwei Quellen? Haben Sie denn zwei Quellen? Ich habe natürlich 30 Quellen dazu, weil die Frau das allen erzählt hat. Verstehen Sie, was ich meine? Und wenn ich Sie gefragt hätte, hätte sie das auch gesagt. Meine Nachbarin kann auch 30 Leuten was erzählen. Und das glauben Sie dann nicht? Nein, nicht zwingend. Also das ist letztlich sicher interessant, sozusagen aus einer Quelle letztlich 30 Quellen zu machen. Am Ende läuft das ja doch auf dieselbe Frau zu. Aber wie ich finde, hat er das in dem Buch doch transparent beschrieben, dass er es nicht gesehen hat, sondern sich auf eine Augenzeugin beruft, das also nach dem Hörensagen macht. Ist das nicht sauber? Das ist nicht sauber, weil ihm wurde diese Geschichte nur erzählt. Und die konkrete Formulierung im Buch heißt ja, ein Kollege im Spiegel erreichte Relotius einige Monate nach dem Ende des Skandals. Relotius behauptete, dass er gerade in einer Klinik in Süddeutschland sei. Tags drauf traf dieser Kollege eine Spiegelsekretärin. Die hatte Relotius gerade auf dem Fahrrad gesehen in Hamburg. Und diese Geschichte hat er nicht selber gegengecheckt. Die Sekretärin hat auch bestätigt, dass sie das so nicht gesagt hat. Sie hat sogar gesagt, das sei vor einigen Wochen gewesen. Also da ist ja das, wirklich die rote Schleife am Ende des Buches ist und die Kernbehauptung, er bleibt ein notorischer Lügner. Tatsächlich war er ein Mensch, der in einer Klinik saß und krank war. Das finde ich schon erheblich. Und die hätte er wirklich selber hart recherchieren müssen. Gut, das wird ein Gericht jetzt klären müssen. Aber für mich stellt sich die Frage als Nicht-Jurist und Laie, der aber auch immer mitbekommt, dass es gerechtliche Auseinandersetzungen gibt bei Journalismus, aber auch bei Büchern. Da gibt es das Mittel der ein, zwei in Verfügung, heißt das, glaube ich. Da kann man dann als Anwalt unterbinden und bestimmte Sachen schwärzen lassen oder in der Auslieferung dann verzögern. Warum sind Sie nicht diesen Weg gegangen oder sind Sie den sogar gegangen und wir haben es noch nicht mitbekommen? Nee, also das Buch ist ja bereits auf dem Markt und ist ja ein Bestseller auf uns eins oder zwei der, Achtung, Spiegel-Bestsellerliste. Und es macht jetzt keinen Sinn, bei dieser komplexen Sach- und Rechtslage jetzt ein schnelles, einzweiges Verfügungsverfahren zu betreiben. Im Gegenteil, ich würde hier gerne für den Mandanten in einem Hauptsacheprozess mit sehr vielen Zeugen aufklären, die wir auch benennen werden und die dann auch aussagen müssen, das werden auch Personen vom Spiegel sein, wie es sich dann tatsächlich mit den Behauptungen von Moreno verhält. Und da trägt auch Herr Moreno teilweise sogar die Beweislast, nicht wir. Also insofern habe ich mich entschieden, auch mit dem Klienten, dass wir hier einen Hauptsacheprozess durchführen, der die Zeit erlaubt ist, uns dann halt auch in Ruhe mit Zeugen und Beweisaufnahmen den Sachverhalt zu klären. Für mich stellt sich das dennoch so ein bisschen dar, als würde jetzt sozusagen an der Glaubwürdigkeit von Moreno, dem Aufklärer, gezweifelt. Er hat doch diesen großen Verdienst, finde ich schon, dass er sogar gegen, wie er detailliert ja auch beschreibt und wie es der Spiegel ja auch selbst in seinem Abschlussbericht zugibt, gegen teils erhebliche Widerstände im Spiegel diese Affäre aufgedeckt. Relotius, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, bestreitet ja auch nicht vieles falsch gemacht, einiges erfunden zu haben, vieles zusammenkopiert zu haben. Also die Affäre gibt es und die hat Moreno aufgedeckt. Das ist doch ein Verdienst, oder? Ja, aber selbstverständlich ist das ein Verdienst. Ich sage ja auch nicht, dass Herr Moreno ein Fälscher im engeren Sinne ist, wie es vielleicht mit eurem Relotius war. Aber die Schwergewichte verschieben sich, wenn Sie das gestatten als Außenstehender. Hier wird jetzt jemand, ich sage mal, sehr publikumswirksam, sehr mit gleichem Presseaufschlag, mit der Zeit. Man kann sagen, ins Gleichgewicht gebracht mit jemandem, der sehr, sehr viele Artikel dem Spiegel als Reportagen verkauft hat. Und wo sich hinterher herausstellte, das sind alles literarische Exkurse, wenn man so will. Herr Wagner, vielleicht nehmen Sie das so wahr. Ich sehe das sehr viel nüchterner und purer, ehrlich gesagt. Das eine ist das, was Relotius gemacht hat. Und das ist unstreitbar, ein riesen... Aber Sie kennen das berühmte Streisand-Urteil? Ja. Dass man, wenn man erst mal irgendwie zeigt, hier ist Unrecht geschehen. Und das wäre in diesem Fall ja möglicherweise der Fall, wenn sich diese Verdächtigungen als wahr herausstellen, die Sie haben. Aber dann heißt das plötzlich Relotius, Klaas Relotius wehrt sich hier und er nimmt dadurch vielleicht noch mehr Schaden als jetzt auch üblich. Beraten Sie ihn da nicht vorher? Doch. Gehen Sie mal davon aus, dass ich die Punkte, um die es hier geht, massiv gegengecheckt habe. Ich habe doch nicht nur mit Herrn Relotius gesprochen. Ich habe mit sehr, sehr vielen Zeugen gesprochen zu den einzelnen Behauptungen, gegen die wir vorgehen. Das heißt, Sie glauben ihm auch nicht. Doch, ich glaube ihm natürlich. Ich glaube meinem Mandanten erst mal immer. Das sage ich Ihnen auch als allererstes. Aber ich habe selbstverständlich in dem konkreten Fall auch versucht, den Sachverhalt gegenzuchecken, indem ich mit Beteiligten gesprochen habe, die eben tatsächlich übrigens mit der Sekretärin gesprochen haben oder auch die tatsächlich bei bestimmten Situationen dabei waren, was angeblich wer dann gesagt haben soll. Und Herr Wagner, um das nochmal zu beantworten, Relotius hat wahrscheinlich, das wird dann im Einzelfall noch nachzuweisen sein, hat er natürlich diese Dinge getan. Aber der, der aufklärt, der, der für sich in Anspruch nimmt, tausend Zeilen Lügen, ich kläre die Sachverhalt auf, ich schildere euch den Skandal, der muss leider, im Gegensatz zu dem, was Relotius gemacht hat, blütenweiß sein und darf eben nicht Fehler machen, die mit schlechter Recherche und auch narrativen Elementen im Buch zu tun haben. Und auch hier gibt es narrative Elemente, das werden Bilder beschrieben, die Herr Moreno selber nicht gesehen hat. Was ist Ihr Ziel, dass das Buch am Ende vom Markt verschwindet? Nein, mein Ziel ist es ausschließlich, die Punkte zu klären, die hier Gegenstand unserer Unterlassungsaufforderung sind, um insofern für Herrn Relotius zumindest die Dinge richtig zu stellen, die unwahr sind. Hier soll kein Buch vom Markt geholt werden, das sind üblicherweise, werden dann diese Passagen, wenn sie richtig untersagt werden, geschwärzt und werden dann bei der Neuauslieferung nicht mehr enthalten sein. So ist das bei Buchvertriebsprozessen. Aber das Ziel ist es nicht hier in irgendeiner Weise. Übrigens, das, was mir auch unterstellt wurde, weil ich gesagt habe, ich finde es grundsätzlich bedenklich, ein Buch dem Skandal hinterherzuschreiben über eine Person, die auch nach Kenntnis des Autors im Augenblick psychisch erkrankt ist, das finde ich problematisch. Und wie wir es ja im Fall Hingst gesehen haben, bei der Bloggerin, da hat es ja einen Suizid gegeben nach einer Spiegelveröffentlichung. Es gibt hier eine hohe ethische Verantwortung der Journalisten, wenn sie sich mit Fehlverhalten von Kollegen auseinandersetzen, die das offenbar auch aus einer psychischen Erkrankung heraus getan haben. Und das finde ich auch hier in Fragen, die wir auch nochmal vielleicht auch medienethisch diskutieren müssen. Vielleicht abschließend noch die Frage, auch mit Ihrer Erfahrung, welche Perspektive hat jemand wie Klaas Relotius noch? Da steht mir nicht zu, das zu beurteilen, was jetzt die nächsten auch beruflichen Möglichkeiten wären. Also er kann ja auf jeden Fall, das soll jetzt gar nicht zynisch klingen, er hat ja, die Dinge sind teilweise sicherlich erfunden, das räumt ja auch alles ein. Aber trotzdem war er ja jemand, der offenbar sehr, sehr gut schreiben konnte. Und Leute, die gut schreiben können, können ja auch andere Dinge tun. Die können Drehbuchautoren werden, die können in die Fiktion gehen tatsächlich. Also wie gesagt, das möchte ich jetzt hier nicht bewerten. Wir sind jetzt erstmal dabei, den Sachverhalt zu klären. Der Mandant möchte sich da auch, wie gesagt, Zeit nehmen, das für sich zu klären. Und wie gesagt, dann wird jetzt leider ein Prozess zu führen sein, da der Rohwald-Verlag ja die Frist hat verstreichen lassen. Aber Ihr Mandat endet dann mit diesem Fall oder werden Sie weiterhin, weil Sie sind ja auch Professor, muss man ja dazu sagen, Sie unterrichten auch Medienethik, Karolini-Urteil und alles. Werden Sie Klaas Relotius weiter zu tun, zur Verfügung stehen als Berater dann? Ich habe das immer bei Mandanten gemacht, insbesondere wenn sie aus einem medialen Stahlbad kamen, dass ich nicht nur einen konkreten Fall dann für sie begleitet habe, sondern wenn es dann in Zukunft Fragen gab oder Rat und Hilfe notwendig war, bin ich weiter an der Seite meiner Klienten. Ich habe zu vielen Klienten seit Jahren ein sehr langes vertrauensvolles Verhältnis. Auch zu Klienten, die eben auch mal Verfehlungen begangen haben und dann eben wieder zurückkommen irgendwann. Christian Scherz, vielen Dank für Ihre Zeit. Und gleich geht es dann weiter mit anderen Themen aus München. Dankeschön. Und gleich geht es dann weiter mit anderen Themen aus München. Vielen Dank.